Herzlich Willkommen zur 12. Ausgabe des wohlerfahrenen Speismeisters. Heute Henriette Davides. Die Westfälin gilt als die berühmteste deutsche Kochbuchautorin und ihre Bücher wurden bis in die 1990er Jahre aufgelegt. In ihrem Geburtsort Wetter an der Ruhr gibt es ihr zu Ehren ein Museum, das wir uns heute anschauen wollen. Im Erdgeschoss des Museums wurde zunächst das Wohnzimmer in verkleinerter Form rekonstruiert. Das Mobiliar und die Inneneinrichtung sind dabei im Originalzustand. Im ersten Stock eine stilisierte Puppenstube. Davides war vielseitig und schrieb neben ihren Koch- und Haushaltsbüchern auch Gedichte und Puppenkochbücher. Der Eiserne Herd stammt aus der späteren Schaffenszeit von Henriette Davides. Mittlerweile waren ihre Kochbücher so bekannt, dass Unternehmen sie als Werbeträger nutzten, beispielsweise die Firma Liebig, die ihre Rezepte in ihren Kochbüchern nachdruckte. Im Museum gibt es natürlich auch eine Auswahl der Bücher von Henriette Davides. Rechts sehen wir, dass diese auch in andere Sprachen übersetzt und im Ausland verkauft wurden. Auch in meiner Sammlung befinden sich zahlreiche Davides-Werke. Der Beruf der Jungfrau aus dem Jahr 1876, Die Hausfrau aus dem Jahr 1861, Das Kochbuch für die Deutschen in Amerika aus dem Jahr 1899, Und natürlich das berühmte praktische Kochbuch, hier in der sechsten Ausgabe aus dem Jahr 1854. Zum Nachkochen ein Gericht aus der Heimat von Henriette Davides. Blindhuhn. Ein Resteessen aus Bohnen, Möhren, Kartoffeln, Äpfeln und Birnen. Der wohlerfahrene Speismeister wünscht guten Appetit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017